Ich werde schon direkt ausrasten. Muss man auch nicht schon banden. Ja, hast du besser so glaube ich das. Bin ich jetzt in eure Koppel-Telefon? Ich darf Steam nicht banden! Fuck, ich habe Fehler gemacht! Scheiße! Wenn ich das jetzt mal UNO gespielt habe, 2000 an und Peef. 2000 an und Peef? 2000 vorum kriegen. Hast du bei Jonas? Ich bin schon mal hier drin, ich habe auch... Definitiv nein. Leit mich mal nochmal wieder ein. Definitiv nein. Musst du irgendwas klicken um beizutreten? Und die Einladung annehmen? Jetzt letztendlich. Ah, da ist der Spacko 45. Ich finde nur noch Lars der Eis bei 1. Ich habe nicht mitbekommen, ich war gerade im Videoshat. Bist du im Videoshat? Anfechten! Jawohl. Fuck! Wie funktioniert das Anfechten? Anfechten ist so, er hat auf eine blaue Karte eine Plus4 gelegt. Und ich habe es angefechtet. Und das heißt, wenn du quasi eine blaue Karte in deinem Inventar hast, aber trotzdem eine Plus4 legst, einfach nur um dem Gegner eine reinzudrücken, wenn dann angefochten wird... Du musst ja die Plus4 ziehen. Genau. War das sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Der hier hat nur noch zwei, die müssen wir mal hier fertig machen. Ja, würde ich ja gern. Jonas zieht schon mal. Finde ich gut. Ach ne. Komm Klaas, haben wir doch gut hinbekommen. Ja, finde ich auch. Jetzt krieg ich gleich die Plus... Oh nein. Ach komm schon. Jetzt aber spielt ihr jetzt beide hier nur noch miteinander. Summer, was ist denn da los? Ich glaube es hackt. Summer Leon. Oh nein. Ah, schade Lars. Das ist jetzt ärgerlich. Fuck! Oh, fuck. Natürlich blau, aber ich am wenigsten davon habe. Das ist so ein emotionales Spiel hier. Das wäre schon traurig, wenn uns der Kai abzieht. Ach Leon. Sag mal, musst du mir eigentlich die ganze Zeit was reindrücken? Ja, fecht mal an, ich hab die Grüne. Brauch mal Ruth. Ich nehm's an. Ich nehm's an. Eine gute Wahl. Ich hab immer sowas. So geht's auch. Hier finde ich gut Lars, leg mal. Oh. Nice. Das Problem ist, ich hab kein Grün. Oh, schön. Was wünsche ich mir denn? Was hat man denn so lange nicht mehr? Ach komm, ich bin doch für Rot hier. Ist doch cool. Oh Gott, du weißt, der hat Rot, gell? Fehler wurden gemacht. Dann kriegt der immer die Karte. Danke, Lars. Der bringt mir immer nichts. Es gibt immer noch kein Grün, Lars. Oh, hier. Perfekt. Hab ich gezogen, ja. Mach mal. Ja, du. Leon hat richtig viel Spaß. Ich hab hier... Ich hab die Sachen... Das darf nicht wahr sein. Es war mal! Kann man auf ne plus 2 auf ne plus 4 legen? Und das wird dann auch die... Ich glaube schon. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, nee, geht nicht. Okay, schade. Ach, sorry. Das war nicht meine Idee. Das war nicht meine Idee. Hä? Ich konnte nicht auf ohne drücken. Ich konnte nicht auf ohne drücken. Du musst das erst auf ohne drücken und dann spielen. Ich war grad so schön entspannt zurückgelehnt. Ich bin da voll Panik hochgeschreckt, weil ich da drauf drücken wollte. Das ist doch schön. Das ist sehr nett, Leon. Dafür kriegst du gleich das Spiel zurück. Oh, geil, Alter. Ist ja cool. Finde ich gut, dass ich umgedreht hab. Deswegen hab ich sie abbekommen. Oh, hachig. Oh, hachig. Komplett. Oh, das ist aber nett. Kann aber leider nicht. Aber jetzt lachst du so. Oh, scheiße. Oh nein, persönlich. Oh Gott, danke. Das Spiel geht doch grad schon mal in die Richtung, die mir gefällt. Jetzt schon wieder nicht mehr. Tja, schön war's. Ich hab mal kurz am Uno geschnüffelt, aber dann war's auch schon wieder vorbei. Schöner Zufall. Nie, oder? Nie, oder? Ah, du trau mir Jonas, komm, es legt's Vernünftiges drauf. Ich hab was gesagt, was Vernünftiges. Was soll ich denn tun? Was Vernünftiges drauflegen. Was soll ich denn tun? Ah, das kann nicht wahr sein, ey. Leon will Ruhe, safe. Der hat das Uno schon gerochen, ey. Dreimal. Oh. Aber natürlich. Da, vernünftige Farbe, hab ich gesagt. Aber warum sollte man sich hier freiwillig zehn Karten nehmen? Das war mal cool. Ah, scheiß drauf. Schade, welche Farben hat er, Jonas? Grün und rot. Ja, war schön mit euch, ne? Jonas, was hast du das grad für Farben gesagt? Hat dich nicht zu interessieren, Lars. Das war nicht rot, das war blau. Ich hab mich schon gewundert, weil es zu grün und rot gesatzt ist. Hast du die Karten, die ich nicht sehe? Jawohl! Hä? Was? Jawohl! Ich hab nicht... Ich denke immer, das ist die Farbe, die du ausgewählt hast, die du dann nicht hast. Ich hab nur Bullshit auf der Hand. Danke, Lars. Nur Bullshit. Danke, Leon. Was ein Arschloch. Fick dich, KI. Jawohl. So geht das. Schön. Jawohl. Schade. Ach, scheiße. Wie hat er gedacht? Scheiße. Ähm. Das wird jetzt ernst. Ach, der hat doch nicht nochmal blau, oder? Nein, hat er nicht. Scheiße. Endet das auch noch mit einer Plus 2 wie ein Arschloch. Jawohl. Jawohl. KI hätte Plus 2 gehabt in blau. Oho. Nein. Nein. Sollen wir nochmal eine Runde spielen? Ja, warte, dann bin ich mal kurz raus. Ja, okay. Aha. Ja, easy. Alter, der ist schon fast fertig. Mit mir ist gerade mein Handy runtergefallen. Was machst du denn da wieder? Das ist mir so eine Tasche gefallen. Das ist mir egal. Ich bin gerade noch aufgefallen. Ja, ich dachte mir, dann dauert das nie ganz so lange. Was ist denn das? Das sind die Dinger. Exklusives Resultat. Der nächste Spieler, der aus dem... Ach, Bullshit. Ich hab's ja auch noch selber gelegt. Ja. Das ist jetzt mal rot oder so. Wow. Oh Gott. Das war aber haar scharf, du. Ich hab nicht erst gedrückt, sondern nee. Kacke. Oh, schon fertig. KI hat gewonnen. Was? Wir haben gegen die KI verloren. Nice. Das geht ja nicht, oder? Großer Fan. Ich konnte nix anderes machen. Oh. Oh, ich hab ja verlassen gedrückt. Ups. Achso, ich bin in nem Scheiß... Ist seit raus. Ja. Mal lachen auch noch lange. Ich dachte grad, hey, warum spiel ich gegen boah, boah und boah. Wir haben uns alle so genannt. Ey, ohne Witz. Es startet wieder richtig gut, hey. Ich startet. Ich würd anfechten an deiner Stelle. Ich hab nämlich noch ne Gelbe auf der Hand. Schade. Ich hab' nicht gehört. Weil der Typ hat schon wieder zugegeben. Noah. Komm, Ruth. Fick dich. Komm, Ruth. Komm, Ruth. Fick dich. Noah, fick dich. Leon hat die Zeit seines Lebens. Du bist ein Arschloch, ne? Ich hab' froh, dass ich nur eine ziehen musste, ja. Drücken wir der KI ein bisschen was rein, Leon? Ja. Ja, gerne. Jetzt kommt die zu mir an. Ach nein, bitte. Ach, scheiße. Sorry, Leon. Drücken wir der KI ein bisschen was rein? Ja, ich dachte nicht, dass die KI das hat. Jawoll. Schade. Ich konnte jetzt immerhin zweimal zwischenlegen, ja? Mit welcher Farbe können wir dir denn helfen? Ja, Leon, welche Farbe? Mach mal grün. Ich hab' grün gesagt, Jonas. Was? Guck, wir haben doch der KI was reingedrückt. Ja, ja. Noch ist nicht vorbei, Jonas, ja? Lach nur noch. Lach nur noch. Ich würd' auch lachen, wenn ich absolut zerstört werd'. Fuck, falsche Taste! Guck mal, das ist schon wieder hier Teamplay. Ey. Ach, scheiß drauf. Scheiße. Jawohl. Darüber hab' ich nicht nachgedacht. Darüber hab' ich nicht nachgedacht. Ich wollt' einfach nur was reindrücken. Leck mich doch, Alter, am Arsch, ey. Ey, du bekommst noch die Karten. Ja, ich bekomm noch die Karten! Geil! Ich ziehe Karten, Junge. Ja! Karten, Junge. Ich kann nicht spielen. Ich war die ganze Zeit ausgeblendet. Ja, besser als Karten zu ziehen. Nee, dann krieg' ich meine Karten auch nicht weg. Ja, besser keine Karten wegkriegen, als noch Karten dazukriegen. Ja, komm. Oh, ist gut. Oh, das ist sehr gut. Hier, friss diese 7. Hm, friss die 1, Lars. Kotzt mich das an, Mann. Das hat die Zeit seines Lebens, du. Ach, nee! Kann jemand von euch einwerfen? Ja, nein, nein, nein. Hat er die gezogen? Ach, keine Ahnung. Ja, ein Bot zieht eigentlich meistens auf. Ich glaub, ein Bot ist hier ja nicht so betrügerlich drauf. Ah! Blau! Mensch! Alter, was will der mit Blau? Er hat gezogen. Ich kann den Typen nicht leiden, ey. Komm schon. Ich wollte nur Rot haben, Jonas. Was? Was? Ja, du kriegst grad Zip hier. Das ist auch okay, Jonas. Ist doch wieder Blau! Nee. Er hat gezogen. Nicht anfechten, Lars. Oh, ich dachte, er fechtet es trotzdem, Mann. Ich hab kurz überlegt. Auch schon keinen Sinn mehr. Er hat einfach schon aufgegeben, ne? Komm, Jonas, nochmal. Er guckt dir. Er guckt dir das an. Er guckt dir das an. Er guckt dir einfach richtig. Oh, scheiße. Ich hätte nichts sagen sollen. Oh, nein. Ich hätte nichts sagen sollen. Hey! Warum? Ich hab ne Roh... Ja, ich wollte die nicht legen. Ich hatte zwei rote. Tja, Lars. Hey! Ach komm schon! Ich weiß nicht einfach, wie war dazwischen. Er hat nicht nur gesagt. Leon ist nicht dabei, du. Ich wollt grad schreien, er hat nicht angefochten. Jetzt legt was Vernünftiges, Jonas. Was Vernünftiges hatten wir doch vorhin schon. Ich hab doch nur, was ich gezogen hab. Du weißt doch, was Vernünftiges heißt, ja? Die Plus 4 kommt schon von Leon, ich merk's. Anfechten, jawohl. Ich kann die anfechten, Leon ist zu schnell. Hey! Das ist auch okay. Ich hab da B gedrückt. Ach, du willst dich doch verarschen! Du kleine Hure! Aus Prinzip! Er hat ne gelbe Plus 2. Okay. Schön, der hat auch ne Plus 2 mit der, ob er enden will. Warum wünscht er sich dann blau, wenn er gelb hat? Oh, das ist natürlich jetzt schön! Jetzt hat er nicht nur noch ne gelbe Plus 2. Nee, aber er hat anfechten können. Er hätte machen können, aber hat er nicht. Hallo! Das sind praktisch nicht. Tja, Leute. Find ich's ehrlich gesagt nicht so gut. Tja, Jonathan. Scheiße. Hässt den Mund nicht aufmachen sollen? Ich sag einfach gar nichts mehr, ne? Hallo! Ich hasse dich, ich hasse dich so sehr. Ui! Das ist doch schön! Das ist ein niemals endendes Spiel. Oh Gott. Wie ein Affe, Alter! Ui! Werft ihr alle da das zwischen? Wer ist das Slot, Leute? Nee, oder? Scheiße. Immer noch kein Spiel gewonnen! Krasser Scheiß. Ging schon ab.